Willkommen zu einem neuen Black Ops Let's Play und es gibt ein bisschen was zu feiern, denn dieses Video ist, das sage und schreibe, ein hundertste Video auf meinem Channel. Yeah. Es ist jetzt nicht so, dass ich dazu irgendwie so ein Special-Video machen werde, so ein, äh, keine Ahnung, was weiß ich, Video. Ähm, denn ich mache ein 200 Abonnenten Special eh bald. Es sind ja nur noch vier Abonnenten, bis zu den 200. Von daher würde sich das einfach gar nicht lohnen, jetzt noch ein, ähm, 100 Video Special zu machen. Finde ich sowieso sinnlos. Naja, auf jeden Fall, ähm, bei dem 200 Abonnenten Special habe ich ja schon so ein kleines Info-Video letztens gemacht, wo ich gefragt habe, was ihr sehen wollt. Und, ihr habt entschieden... Warum, hier kriege ich meine Search and Destroyer? Ihr habt entschieden und es wird ein, äh, Open Lobby geben. Ähm, spricht, ihr sagt mir Bescheid, ob ihr Lust habt, an dieser Open Lobby teilzunehmen und vor allen Dingen, ob ihr, äh, auch Lust habt, äh, in dem Let's Play dann teilzunehmen. Also, ich werde das nämlich aufnehmen, auf jeden Fall. Oh, hier ist meine Toma ausgelandet. Von daher, wenn ihr auch in einem Let's Play sein wollt und Black Ops habt, denn ich werde, äh, die Open Lobby zu Black Ops machen, falls ich das so nicht gesagt habe, aber ich glaube, ich habe es noch nicht gesagt. Hä? Haha, da war der mal übelst gebackt. Egal, ich habe ihn getroffen. Äh, ja, also es wird eine Open Lobby zu Black Ops geben. Also, wenn ihr Interesse habt, dann schreibt mich an, sei es hier auf YouTube oder doch im PSN, da werde ich auch nochmal ein paar Leute fragen. Guckt ja nicht jeder dieses Video. Ähm, von daher, schreibt mich einfach an. Schreibt einfach her, ich mache mit bei der Open Lobby. Die wird dann, die Open Lobby mache ich wahrscheinlich schon nächste Woche. Ne, diese Woche Samstag. Also, diese Woche Samstag am, das ist der, also heute ist der 6, heute ist Dienstag, dann morgen, jetzt wird der 7., dann ist der 8., Freitag, der 9. Samstag, der 10. September, äh, findet die Open Lobby statt. Wenn ihr also Interesse habt, an der Open Lobby teilzunehmen und, jetzt kann ich jetzt mal die Waffe wechseln, äh, an einem YouTube-Video auch teilzunehmen, dann schreibt mich an. So, auch genug darüber erzählt. Jetzt so ein bisschen, wie das ablaufen wird, also ich werde dann, äh, ein privates Spiel und wir spielen ja 6 nach 6, äh, 6 nach 6, genau. 6 gegen 6 oder je nachdem, wie viele wir dann doch sind. Das ist toll. Ich war mal knifend hier. Okay, das war echt fällig. Äh, wie viele wir dann, je nachdem, wie viele wir dann sind, 6 gegen 6 oder vielleicht auch 9 gegen 9. Sollten wir 17 Leute sein, also ich spiele auch mit. Sollten wir noch mehr sein, also, was weiß ich, 20 oder 30 oder vielleicht sogar 40, wer weiß, wer weiß. Ähm, dann mache ich zwei Runden oder, wenn nötig, auch drei. Also, ich will auf jeden Fall, dass jeder, der mitspielen will, auch mitspielen darf. Also, dafür soll ja auf jeden Fall gesorgt sein. Ich will hier nicht irgendwie wen ausgrenzen, so, Pechkappel, hast dich zu spät gemeldet. Verpiss dich. Äh, das mache ich nicht, das finde ich nicht gut. Wenn ich sowas ankündige und euch schon verspreche, dass ihr in einem Video und auch in meiner Augenlogue mitmachen dürft, dann sollen das auch alle sein. Ja. Ähm, also nochmal am Samstag, den 10.09.2011. Ah, ich hasse dich, ey, ich stehst du die ganze Zeit AFK und dann, wenn du das second stampest, gehst du wieder on oder wat, ey. Also, ähm, um... Keine Ahnung, um wie viel Uhr, mal gucken. Vielleicht um vier, oder um sechs, oder um acht, oder um zehn. Nein, ich weiß es nicht. Wird dann... Ne, ich lege eine Zeit fest, das ist deutlich besser. Zwischen sechs und sieben. Also, ab sechs geht's los. Und je nachdem, wie viele wir sind, äh, dauert ja auch ein bisschen. Deshalb, je nachdem, wie viele Runden wir machen, so bis sieben. Vielleicht. Also, ab sechs. Wo solltet ihr on oder sein, wenn ihr teilt? Mann, was kommt... Ha, ha, ha. Ey, den hab ich doch gemessert, oder? So, und dann, äh, wird es aber nicht nur eine Open Lobby als Special geben. Nein, es wird auch noch ein Setup-Video geben. Ähm, denn in diesem Infovideo haben ein paar geschrieben, dass sie Setup-Video sehen wollen. Und mach ich das natürlich auch. Wenn ihr das sehen wollt, dann kriegt ihr das auch. Ja, das wird dann... Das werde ich vielleicht gleich noch drehen. Aber es wird dann natürlich erst kommen, wenn die 200 Abonnenten erreicht sind. Ach, komm, ey. Und, ja. Achtung, feindlich um zwei. Gut, ich sollte mich vielleicht mal ein bisschen aus Gameplay-Konsum trainieren, denn ich verkrack dir da gerade doch ein bisschen. Was komm, ey? Ich glaube, der war noch ein... Ah, Mann! War der doch da, ey? Das ist doch... Ach, Gott, ey. Den wollte ich unbedingt Tom-Hawk noch nicht funktionieren. Ich hoffe, auf jeden Fall, ihr euch gefällt die... Wow. Ich bin doch um die Ecke, ey. Wie schnell killt der mich denn mit zwei Schüssen oder was? Ey, Mann! Achtung, kein Sitz, schnapp als einen! Äh... Ja, ich hoffe, ihr euch gefällt die Idee mit der Open Lobby und dass ich das auch auf jeden Fall aufnehmen werde. Mann, ey! Immer von hinten, dieser kleine Pisser, dieser scheiß Spanien. Der soll nicht mal zurückgehen. Woher kommt ihr das? Arsche! Entschuldigung. Falls ich dich damit beleidigte. Äh... Ja, also ich hoffe, euch gefällt die Idee mit der Open Lobby und dass ich das aufnehmen und dass es auf YouTube kommt und bla und li und blub. Also vergesst nicht, zwischen 6 und 7 on zu sein und... Äh, ja. Dann werden wir ein bisschen Spaß haben. Nur einen. Okay, ruhig. Der Latte kriegt mich nicht. Also zumindest einen will ich jetzt noch killen. Mann, ey! Schon wieder dieser verfickte Spanien, ey! Das ist doch... Alter! Wenn er das jetzt schon wieder gewesen wäre! Den Typen hätte ich umgebracht. Also nimmt das jetzt alles so ein bisschen... Äh, nicht so ernst, dass ich hier so ausrasse. Das ist nur Spaß. Von mir grad. Nicht so wie bei dem FIFA jetzt gleich. Das war kein Spaß. Aber das hier ist für so ein bisschen Spaß. Ach, Mist. Ah, ah. Die Granate hätte mich fast noch gekillt. Da ist er! Das ist doch der Spanier! Irgendwie habe ich euch einen Assis gegeben. Es würde mich jetzt sehr freuen, wenn ich so ein Spanier da killen würde. Ah, das war aber... Der, der, der da hinten steht. Seht ihr den? Das ist aber bestimmt. Ja, da geht er raus. Raimantal. Ne, das war glaube ich nicht. Kaitus. Das war dieser Scheiß-Bang. Egal. Äh, ganz schlechte Runde von mir. Stats brauchen wir gar nicht zu sehen. Ah, jetzt sieht man sie trotzdem. 6 zu 60. Oh, ist das so schlecht! Mann, Mann, Mann. Egal. Ich hoffe, das Commentary hat euch gefallen. Also das Gameplay kann dann ja nicht gefallen haben. Egal, aber es kommt ja bei einem Let's Play eh nicht so auf das Gameplay an. Meiner Meinung nach, es kommt ja mehr so auf das Commentary an, was man so labert. Ich weiß, ich habe vielleicht ein bisschen Scheiße gelabert hier. Warum mache ich das jetzt? Ähm, egal. Mir hat es Spaß gemacht. War so ein bisschen crazy. Äh, ja. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst nicht, wenn ihr daran teilnehmen wollt, an der Open Lobby, schreibt mir, lass mal raus hier, schreibt mir, ähm, eine Nachricht. Wie gesagt, PSN, YouTube ist mir scheißegal. Und dann sehen wir uns am Samstag, den 10.09.2011 zwischen 6 und 7. Bis dahin, reingehauen!